Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Karol und ich habe Angst vor Achterbahn. Ich bin heiß und bereit. Ja, komm rein. Soll ich zu dir kommen? Yes. Wir hocken aber echt noch ganz vorne. Es ist eigentlich so ein scheiß Zeitpunkt zu sagen, dass ich Achterbahn überhaupt nicht aufgeben kann. Ich fahre nie mit dem Achterbahn. Oh mein Gott. Wir müssen da mit dir fahren, wir haben nie mit dem. Nur zu raus! Hallo! Ich wollte zuerst fünf Heuerhaufen sagen. Ich wollte auch zuerst fünf sagen. Das ist logisch gesehen gar nicht möglich. Mathe bestanden! Er hat es hingekriegt. Aber er hat mich einmal erwischt. Er fahrt mal viel zahlen und ich fahrt einfach zwei. Er so, ja richtig, noch eine viel zahlen. Ich so, oh fuck. Vier! Okay nein. Was ist denn mit viel zahlen? Also die nur durch einzubringen ist selber teilbar drin. Oha! Ja, wir fangen mal mit Mathe an. Oh, wie schön. Freunde, wir sind jetzt hier an der nächsten Achterbahn von TRIPSRILL. Das Ganze geht mehr in die Richtung Kinder-Jugend-Achterbahn. Und zwar am Rast sind Tausendfüßler. Ich habe hier ein paar Mathefragen mit dabei. Mathe, wie sieht das bei dir aus? In der Schule, wenn ich nur fünf und jetzt vielleicht vor drei, vier Jahren zuletzt mal ohne Taschenrechner gerechnet. Aus. Also scheiße. Okay, wir probieren es auf jeden Fall. Let's go! Ab in die Achterbahn. Freunde, es geht los mit dem Mathefiz. Karol, bist du ready? Nein. Okay, trotzdem nur die erste Frage. Wir beginnen mal ganz einfach. Ein mal eins. Eins. Okay, easy kriegst du hin. Was ist denn Pi als Zahl? 3,1... 3,1415. Lass mich auf jeden Fall sehen. Lass mich ja genau. Wurzel aus 9. Wurzel aus 9. Wurzel aus 9. Ähm... 3? Äh, ja. Ja! Wurzel aus 144. Ach komm, geh mal weg, geh mal nächste Frage. Probier's, probier's. Wurzel aus 144. Ähm... 14. 12. Ja, fast. Nenn mal eine Primzahl. Ähm... 2. Ja, hast du noch ein paar? Ähm... 4. Nee. 2,3,5,7, aber egal, du hast einen. Ich hab nur zwei geraten eigentlich. Ja, ja. Oh, fuck. Oh, shit. Ich hab nicht erwischt, Mann. Ich hab nicht so... Jo, okay, nein, war's alles gut. Nein, ich hab nur geraten eigentlich. Ähm... 3 Heuhaufen und 2 Heuhaufen. 1 Heuhaufen. Jo! 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 Was gibt 2 plus 3 mal 5? 2 plus 3 mal 5? Ja. 15... 17. Yeah. Ja, richtig. Ja. Okay, 3 hoch 3. Ja... Ja, 9, oder? Nein, 3... Hoch 3. Nicht 3 mal 3, hoch 3. Ja. 3... 13... Keine Ahnung, Mann. Komm, probier's. 3 mal 3 mal 3. 3 mal 13. 9, 9 mal... 3. Ja, mal 9 mal 18. 27. Yeah! Also hast du das. Guck mal, ich bin mal anders. Ein bisschen am Ende. Haben wir uns beide ein bisschen nach zwei gebracht. Danke, Fabian, dass du mir noch gut gemacht hast. Weil ich hätte schon auf alle Fälle 2, 3 Mal mehr abgebrochen. Und einmal hast du mich erwischt beim Raten. Ja. Tja. Wow. Meine Damen und Herren, der Fabian ist crazy. Also einmal einen Daumen nach oben gehen. Allein für die Mühe, die er sich macht, mich hierher zu bringen. Und dreimal durch diese Abge... Punkt, 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 der Band zu bringen. War geil. Nächste Band. Ey, schminken. Schmerzenlos. Ich stehe, du original Jens. Ich stehe nicht. Ich stehe nicht mehr. Du gehst in die zweite Runde bei der Achterbahn. Beziehungsweise vierte Fahrt, das ist ja schon. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Entweder oder. Ich geb dir zwei Aussagen. Du sagst einfach welche, lieber, wie du magst. Entweder ein Jahr, kein Mühe lang. Oder ein Jahr keine Heizung. Entweder ein Jahr Lance, aber es geht nicht mehr. Ich möchte dreimal durch gewaltig Teile und'schaufsbeitern. Untertitelung des ZDF, 2020